Das sind deine Schirme und er wird uns jetzt einfach ein bisschen was darüber erzählen. Frank, übernimmst du? Ja klar, finde ich das. Wunderschön guten Morgen, allseits. Wir sehen jetzt hier den Rufenschirm mit einem Proxy 05. Er hat vor zwei Jahren mit Weltamerika auf dieser Rufschau, das war sensationell. Wir sehen uns jetzt hier in der Obersee und sagen Sie auch sehr, sehr, sehr technisch. Was mit der Sien-Auskunde, auch nicht ganz einfach, die Ein-Auskunde fliegt. Wenn der jetzt in der Sien noch ein bisschen losgekommen hat, der kann sich einfach zurückziehen. Und der ganze Kontrast-Short, den Rufenschirm zustößt, war dann so wie ein Rufenschirm. Der Rufenschirm, das heißt 3 Liter von der Obersee, die 4 Liter Spannweige hier existieren wird. Der ganze Schirm hat auch die Single-Skill-Technologie, die zusätzlich noch vorhanden ist. Jetzt kommen wir über Rufenschirm an, aber wo ist hier der Platz? Das ist ein Rufenschirm, das ist ein Rufenschirm, der in der Vr-Schirm ist auf der Knie, ein Rufenschirm ist auf der Mitte des Rufenschirmes. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.